Ah, das klingt schon scheiße. Da drüben. Okay, die sind anscheinend... Ach, da bist du. Ja, klar. Solange ihr mir nicht zu nahe kommt, akzeptiere ich das alles. Oh. Oh. Äh, ne, mit der Magnum kann ich das nicht nachladen. Ich habe über 100 Schuss mittlerweile. Wieso kann ich das nicht kombinieren? Ach, weil ich auf der Magnum drauf bin. Ach, Mann, Alex. Tüffel, du. Headshot. Dann seid ihr jetzt tot da unten. Weil wenn mich da einer anbeißt, bin ich am Arsch. Okay. Oh, da blinkt was. Bitte seid ein Kraut. Du bist ein Spray, oder? Bist du ein Spray, oder? Ne, du bist, glaube ich, nur eine leere Flasche, oder? Bitte Spray, bitte Spray, bitte Spray. Nein, das ist eine leere Flasche. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich gerade leide. Ich bin ja von der Waffen her ganz gut ausgerüstet. Ich beklag mich ja gar nicht. Ich möchte nur ein Spray, oder irgendwas Grünes. Aber die Flasche war auch grün, ja. Komm, ist hier noch was. Oh Gott. Lieber Gott im Himmel. Äh, erst mal das Grüne. Puh. Pusch rein. Nehmen wir. Äh, verwenden. So. Kombinieren. Zack. Sehr schön. Und, glaub, was meint ihr, was wir jetzt wohl machen? Wir nutzen das. Und sind auf okay. Ha. Herrlich. Dies ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. So. Okay, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen hier rum gucken. Jetzt fühle ich mich nicht ganz so... ...nackt, sag ich mal. Und wer los? Gut. Was erwartet uns nach dieser Tür? Ja, ist klar. Heck. Du musst mir natürlich gleich wieder mein... ...Mitil-Level ein bisschen mies machen, ne? Jo, Vorsicht. Oh, ich hab wieder einen freien Platz. Oh, vielen Dank. Was haben wir hier von der Tür? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Diese Tür hat keinen Griff. In der Tür ist ein rechteckiges Loch. Ey, das schreit ja geradezu nach Kurbel. Na gut, gehen wir hier rein. Wir dürfen nicht vergessen, dass da noch eine Etage war, wo wir hin konnten. Wo meines Erachtens Hand herum liefen. Jemand hörte sich das so an. Okay. Ey, ein Billardtisch. Da hab ich jetzt auch Bock drauf. Okay, du hast schöner geschrien. Karte. Angucken. Und da geht der Treppe... Uppala, da geht eine Treppe hoch. Die wird dicht. Ach, da geht's... Oh, da geht's aber noch. Oh, da ist ein Speich... Mann, das sind wieder so viele Räume hier. Buh. Das ist wieder gruselig. Oh, da geht noch tiefer. Und ja, und über... Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich will mir das gar nicht per Karte angucken. Ich laufe lieber so. Oh, das sind wieder Flaschen. Ja, ist doch gut, wenn die leer sind. Ich will ja auch eine leere Flasche. Mädel, du machst mich wahnsinnig, du. So, dann sind die auch aufgebraucht. Sehr schön. Ähm. Billard. Die Kugeln liegen so, als hätte jemand eine Partie gespielt. Ja, das ist ja auch durchaus... Ach, das ist mein Spiegelbild dahin. Ich habe Hallus. Was bist du denn, eine Pflanze? Aber kein grünes Kraut im eigentlichen Sinne, ne? So einen Flipperautomaten haben sie noch nie gesehen. Ne, für mich ist das auch eine Pflanze. Leider ist er kaputt und kann nicht benutzt werden. Oh, das ist daneben wohl ein Flipperautomat. Aber ich dachte, das daneben... Ja, egal. Ja, hier ist anscheinend nichts Wichtiges. Gehen wir direkt in den nächsten Raum. Oder die Treppe. Oder ist das gar kein Raum? Das ist gar kein Raum. Wir können nur die Treppe lang gehen. Gut. Was haben wir denn da unten? Das ist alles gerade sehr nervenaufragend. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen... Zitter hier und alles, aber... Da oben blinkt was? Komm ich da irgendwie ran? Ich hab keine Ahnung mehr von diesem Bereich. Ehrlich. Da ist eine Kiste. Aha. Achso, jetzt muss es hochgefahren werden. Alles klar. Komm ich so nicht ran. Und wahrscheinlich braucht dieser Gabelstab dann... Ah, ich seh schon ein leeres Loch. Da ist Platz für eine Batterie. Ja, natürlich. Gut. Oh-ho-ho-ho! Der liebe Gott hat's gut mit mir gemeint. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier in diese Tür. Ich möchte ganz gerne Billy jetzt langsam mal wieder kriegen, dass ich ein bisschen mehr Platz zum Tragen habe. Das sind Gewehrpatronen, ne? Ja, die kann ich nicht gebrauchen, jedenfalls nicht im Moment. Mein Gewehr ist ganz woanders. Da ist das sechseckige Loch, äh, das viereckige Loch, ja. Komm ich da gar nicht hin? Wo, wo, wo gehe ich denn hier? Mal gucken. Achso, da kann ich rüberlatschen praktisch. Da ist noch eine Tür. Kaputt. Ach, das sieht wieder nach Kistenschieberätsel aus. Ach, du heiliger. Ähm, was ist denn das hier? Da müssen wir auf jeden Fall zu zweit sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da können wir gestern nichts machen. Okay, dann, ja, muss ich hier erstmal weitergehen, ne? Erstmal muss man Billy aufspielen. Dann kann es weitergehen hier. Mit der Story. Okay. Okay. Ach, Mensch. Egel. Wisst ihr, was die Egel sind? Eklig. Oh, 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 oh. Die sind echt eklig, die Egel. Eklig mit G. Ja, voll. Ja, voll. Rebecca, woher bin ich? Du bist jetzt sicher. Bist du okay? Hm? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Okay, wir sind wieder zusammen. Ach, sehr schön. Was hat Billy an? Ich weiß gar nicht mehr, was Billy alles so hat. Platz hat er auf jeden Fall. Ja, die gibst du mir mal. Äh, dafür kriegst du... Die. Dann können wir die kombinieren mit dem. Und die... Achso, die kann ich wahrscheinlich gar nicht... Halt! Das will ich doch gar nicht. Nee, kann ich nicht mehr laden. Ähm. 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 Ähm, 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 ähm. Aha. Ja. Äh. So ist das schon ganz gut. Partner, bin aktiv im Team. So will ich das haben. Okay. Ja, dann kommen wir mit Billy. Dann machen wir mal eben dieses eine Rätsel, was da eben war. Ist das eine Karte? Ja. Da können wir hier auch noch lang? Achso, es sind zwei... Welche Tür kam ich jetzt? Da oder da? Nee, ich weiß es nicht. Was ist denn hier für eine Tür? Na, wir gucken. Welche Seite weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo wir herkamen. Oh. Ah. Hier kamen wir... Ja. Ja. Dann will ich nochmal die andere Seite gucken. Ach, ist das schön mit zwei Personen wieder. Ich bin ja sonst immer gerne allein rumgerannt, aber momentan bin ich echt froh mit zwei wieder. Aber nur aus Platzgründen. Also, was ist hier? Sie ist von... Äh, toll. Warum habe ich die denn nicht zuerst probiert? Okay. Gehen wir wieder zurück. Und wenn wir das Rätsel da gelöst haben, haben wir diesen Griff. Dann können wir diese eine Tür da öffnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch mit dem Fahrstuhl in diesen E2-Raum da. Äh, nicht E2-Raum, die E2-Ebene. Ja. Much, much. Much longer.